Hallo Leute, es geht weiter mit Dust in Illusion Tale. Wir sind zuletzt in den Schwarzmoorbergen hier gelandet, da wo viel Eis und Schnee ist und überhaupt. Und hier wollen wir einfach mal weiterlaufen. Hier haben wir zuletzt auch aufgehört. Und die machen wir plan. So, das war's mit ihr auch schon wieder. Aber wir sind noch nicht durch hier. Und wir haben noch nicht alles erkundet. Hier sollst eine... Ach ja, ich kann ja jetzt höher springen. Stimmt. Warte. Kannst du da nicht rauf? Nein, kannst du nicht. Aber du kannst hier rauf. Ah, da ist ja eine Kiste. Die hatten wir aber schon. Das ist ja doof. Sprengt das das Ding hier? Nö. Oh oh, ich glaub, ich falle in... Oh. Wo komm ich denn hin? Ich glaub, ich kann und soll mich hier sogar fallen lassen. Oh. Aha. Ja, okay. Aber war ich nicht hier sogar schon? Ich glaube, ich war hier schon. Aber ich soll nach rechts oben und da war ich noch nicht. Jetzt muss ich doch wieder den Weg laufen. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Lauf, lauf, lauf. Toll, Kette zerbrochen. Super. Ach ja, aber es ist schön hier. Also ich finde es toll, dass wir mal was anderes haben. Und ja, das war nicht so klug. Machen wir es eher so. Genau. Toll, jetzt bin ich wieder hier. Ich glaube, dann sollte ich nach links gehen. Wunderbar. Mit Blocken. Nach links sollte ich gehen. Und nicht nach rechts. Das war einfach nicht falsch. Lass dein Gold rieseln. Denn wir können ja jetzt mit der Schmieden... Oh. Äh. Ja? Wo geht's lang? Ah, hier. Hallo. Ja, alles klar. Huch. Nein. Ich weiß nicht, wo hier eine Schatzkiste ist. Ist ja aber auch irgendwie... Doch, hier war ich doch auch schon. Oh, nicht wahr. Ich weiß nicht, wo ich mich... Und bin ich natürlich вообще... Ja, es ist ja so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das ist ja so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das war nicht. Ich weiß nicht, wie ich... Du kannst, aber... Ich weiß nicht, wie ich die Schmerz oder die Schmerz linge. Du kannst, ich ja verstehen, ich meine Schmerz, aber du kannst. Ich weiß nicht, wie ich anywhere. Das ist ja gut. Du kannst, ich weiß nicht. Ja, es ist ja nicht. Nein! Wieso bin ich gestorben? Stein der Wiedergeburteinsätze. Nein, will ich doch gar nicht. Habe ich aber automatisch? Oh. Was soll ich denn machen, wenn ich hier von diesen blöden Eiszapfen ständig angegriffen werde? Ja. Ich bin wieder zurückgelaufen. Schön. Hat sich voll gelohnt. So, dann das Ganze nochmal. Fünf Minuten umsonst, aber was soll's. Ich gehe hier lang. Irgendwie muss es hier weitergehen. Aber wie? Wie komme ich da hin? Wie komme ich da rüber? Kann ich hier nicht irgendwie nach oben? Wozu ist die Bombe? Muss dazu irgendwas gut sein? Dass ich hier irgendwie lang kann. Macht das irgendwie kaputt. Mano. Es ist aber hier nicht kaputt, so Mann. Ich muss hier aber irgendwie weiterkommen können. Warum? Und wie? Wie denn? Hm. Komisch. Hier geht's doch nur wieder nach unten. Ist voll sinnlos. Super. Super. Voll gut geklappt. Ja, ich... Was soll ich hier machen? Was soll ich denn machen? Lauf einfach das. Lauf durch die Eistapfen, damit uns nichts passiert. Ich muss doch hier irgendwie nach oben kommen können. Ja, dann speicher halt hier mal. Und wir leveln ab mit, ich weiß auch nicht, was sind wichtig. Beteiligung oder was? Nehmen wir mal auf Angriff wieder. Kann nicht schaden. Ah. Okay. Okay. Klar, wir haben jetzt mit unserer neuen Fertigkeit kommen wir da vielleicht eher lang. Hoch mit dir. Da ist eine Schatzkiste, Wodin. Staub zu Staub. Du hast dir einen Weg über das Ding Gebirgspast gewarnt. Erreich den Gipfel, um dich mit Ginger zu treffen und deinen nächsten Schritt gegen General Gaius zu planen. Au ja. Das werden wir tun. Bin ich ja mal gespannt. Hilfe. Voll die Lawine. Sterbe ich hier? Was mache ich denn? Hallo. Nimm den Schlüssel mit. Ich will hier weg. Ich sollte schnellstmöglich mal irgendwas zu mir nehmen, was mich wieder heilt. Gesundheit. Aha. Aber irgendwie muss ich ja hier mal weiterkommen können. Wow. Okay. Schnell weg. So, hoch. Weiter, 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 weiter. Hier, rauf. Okay. Ich verstehe. Wir bahnen uns unseren Weg durch die Lawinen. Was ist denn hier? Ich sehe nur irgendwo eine Schatzkiste. Nein, 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 nein. Hoch mit dir. Geh mal hier runter. Da kommt gleich die nächste Lawine. Das schaffe ich nicht. Wo ist denn hier eine Schatzkiste? Keine Ahnung. Muss ich sonst nochmal einen anderen Mal suchen. So, da kommt die nächste. Lawinen über Lawinen. Äh, 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 ja, okay, das ist toll gelaufen. Scheiße. Mist, die sind noch nicht tot. Ah, hier jetzt, hier komme ich jetzt rüber. Haha, nein, 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 nein. Jetzt muss ich da wieder... Haha, ich habe ihn trotzdem. Und ich bin wieder zurückgekommen, wie cool. Und ich bin wieder fast am Arsch, hier. Okay, ich habe den Schlüssel, wunderbar. Was ist mit der Lawine? Die überrollt mich doch jetzt wieder, oder? Nee, sie überrollt mich sogar mal nicht. Sehr freundlich. Oh, oh. Haha. Haha, Anhänger von Harabeo-Gi Bauplan bekommen. Interessant. Haben wir langsam ein bisschen Gold, dass wir, ähm... Wow, wo kommt der denn her? Ey, ich blocke immer und er macht nicht. Oh, scheiße. Mendo, das tut mir leid. Das war nicht so toll jetzt. Ich muss es jetzt nochmal machen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ähm. Ja, ist halt so, ne? Kriegen wir hin. Aber jetzt weiß ich ja, wie es geht. Immerhin. So, schnell weiter. Ja, das kriege ich jetzt schnell durch. Manchmal ist das so. Manchmal muss man auch sterben, um weiterzukommen. Irgendwo ist hier eine Schatzkiste. Aber wo? Da unten irgendwo? Aber da ist doch nichts. Keine Ahnung. Nein. Ich fall immer wieder drauf rein. Das ist so gemein. Ach, Mann. Wieso landet er denn da oben beim Kämpfen? Ja, scheiße. Oh, Mann. Und ich habe gerade meine Finger auf der Taste gehabt und wollte mich heilen. Ey, ich schwöre es. Boah, jetzt werde ich wieder sauer. Voll gemein. Weil er ist beim Kämpfen. Ich bin nicht gesprungen. Ist er nach oben. Als ob das Spiel einen richtig so mit Absicht ärgern will. Ganz ehrlich. Extra landet er da oben, damit er in die Lawine reingerät. Ja, super. Ja, super. Mach hinne jetzt. Diesmal unten bleiben? Oder eher noch nicht? Wo ist denn hier eine Schatzdingsbund? Keine Ahnung. Ja, ich kämpfe sauer. Merkt man. Zack, zack, zack. Fertig. Habe ich jetzt auch den Schlüssel? Nein, natürlich nicht. Ja, jetzt schaffe ich es aber nicht mehr nach oben, ne? Kacke, 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 kacke. Oh, wie blöd. Wie gemein ist das bitte? Ah, und das war so gut gerade eben noch davor, dass ich das noch geschafft habe. Scheiß drauf. Ja, ist klar. Ist okay. Jetzt habe ich aber den Schlüssel wenigstens schon mal, deswegen speichere ich hier für den Fall der Felle. Und schlage mich nochmal schnell hier durch. Komm. Das letzte Mal. Die Lawinen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wo ist hier eine Schatzkiste? 9.619 Gold haben wir. Irgendwie, ähm, ja, den brauchen wir auch noch. Das war nicht klug. Ich dachte, ich schaffe es, bevor die Lawine endet. Komm schon, komm schon, komm schon. Super, gerettet. Das hat jetzt sich ein bisschen hingezogen mit den Lawinen, tut mir leid. Aber das, ja, passt schon, oder? Ich meine, lernt man die Gegend besser kennen. Lauf, Dost. Natürlich sind sie wieder alle da. Und wenn von zwei Seiten Gegner kommen, kriege ich sie auch nie. Kriege ich es nie hin, dass sie fettet. Und ich sterbe hier gleich wieder. Und bevor das passiert, nehme ich hier alles Mögliche. Hervorragend, da will ich jetzt nicht nochmal hin. Auf keinen Fall gehe ich da jetzt in die Ecke nochmal. Denn ich habe alles, was ich brauche. Und ich habe auch ganz gut gespeichert, so dass ich alle Schlüsse jetzt immer sicher schon habe. Ach ja, und dann müssen wir doch jetzt gleich ankommen. Jetzt möchte ich nochmal einmal schnell gucken, was wir hier machen könnten noch. Rüstungstechnisch, ob wir uns was leisten können, was wesentlich besser ist, als was wir haben. Schreckliche Weste. Wie viel Gold habe ich? 9.720. Das ist dann aber nicht besser. Das würde gehen. Bergarbeiter aus Rüstung. Das wäre schon wieder zu teuer. Was haben wir noch so? Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ja, aber so Rüstung wäre schon toll. Als jetzt so ein Ring oder so nur. Ja, auf der anderen Seite wollen wir es natürlich richtig gut haben. Hm. Hm. Ist alles zu teuer? Dann machen wir doch mal das hier. Ach, da fehlt uns sogar was. Was fehlt denn da? Keine Ahnung. Irgendwas fehlt. Dann bringt mir das ja auch nichts. Dann eher doch. Was ist Upgrade? Fleischklinge. Verursacht mit etwas Glück eine Infektion. Das ist natürlich auch toll. Haben wir das dann aber jetzt schon? Oder nicht? Oder wie? Oder was? Plus 1 Angriff. Plus 2. Das ist aber alles schlechter, als was wir irgendwie haben. 7.200. Würde auch gehen. Und das ist sogar gut. Metall Upgrade. Und steigert die Qualität eines jeden Metalls, selbst der geheimnisvollen Erze, aus denen Ara besteht. Mhm. Macht gut Angriff hoch, finde ich. Können wir das machen? Ne, da fehlt uns was. Irgendwie 1 von 4. Keine Ahnung, was das ist, was wir da noch brauchen. Schade. Auch wieder schade. Was haben wir denn dann noch? Ring des Vagabunden. Wir haben doch so viel gesammelt. So. Hm. Können wir den machen? Den können wir sogar machen. Wahnsinn. Dann nehmen wir den. Wunderbar. Haben wir schon mal einen besseren Ring. Schön. Bisschen mehr Verteidigung und so kann nicht schaden. Was ist hier mit? Mit dir, Olle? Ich mache euch alle fertig. Und treffe gar nicht. So, jetzt wird es wieder lila. Mist. Komm schon. Weiter, weiter, weiter. Wir wollen das nicht alles nochmal machen müssen. Ab durch die Lawinen. Wir wollen das nicht alles nochmal machen. Kann man die nicht da einfach runterschürzen lassen? Oder kann ich mich da nicht einfach runterknallen lassen? Weiß ich nicht. Nee. Wir wollen das nicht. Wir wollen das nicht. Wohl, beiisiliändrimen. Wie heißt es nicht? Wenn ich weiß nicht. Wir wollen das nicht. Wir wollen das nicht. Wir wollen das nicht. Sicherlich dedicat der Geordination aus. Wunderbar, das läuft ganz gut. Och, guckt mal hier diese kleinen süßen Kaninchen. So kleine Schneehasen. Und dann kommen die Schneekönigin hier, die so platt machen. Das ist immer irgendwie so cool, wenn die so schreien. Und ja, es hat irgendwie was cooles. Was ist denn das hier eigentlich für eine Öffnung? Das wirkt irgendwie anders. Als ob da so ein Gral reingehört oder so. Voll komisch. Wo bin ich hier? Ich kann hier hoch. Hier war ich noch nicht. Aha. Was? Ja, hier speichere ich auf jeden Fall mal. Es ist ein interessanter Ort hier. Hier ist aber wieder irgendwo eine Schatzkiste. Wo denn? Da unter mir oder? Aha. Mhm. Da ist ja auch noch ein Schlüssel. Also. Ich habe gar keine Lust, die jetzt alles schon wieder platt zu machen. Deswegen mache ich es auch nicht. Haha. Keine Ahnung, wo hier eine Schatzkiste ist. Aber ich gehe jetzt mal nach rechts und bin gespannt, was hier kommt. Oh oh. Die werden alle platt gemacht von der Lawine. Das finde ich gut. Das ist ja cool. Lassen wir auch was fallen. Ja. Tun sie sogar. Wir schlagen uns weiter durch. Wir schaffen das. Oh nein. Wir bleiben lieber hier stehen. Und lassen wir uns nach oben transportieren. Das ist schön. Ach, die Musik ist auch voll süß im Moment. Ah, Schatzkiste. Gefunden. Ach, ich mag das Spiel. Das ist schön. Man muss auch mal sowas relativ einfaches spielen können. Huch. Oh Mann, ich habe geblockt. Ich habe geblockt. Arsch. Danke für Shit. Bei den komischen Büffelfiechern schaffe ich das immer mit den Blocken nicht so gut. Ich weiß nicht warum. So, ich kann hier hoch. Und dann... ...habe ich das kaputt gemacht und komme an den Schlüssel ran. So geht das. Die Kaninchen hier sind so süß. Die sind überhaupt nicht süß, die blöden Wölfe. Nerven. Fallen die da oben nicht runter? Nö. Nur bei mir passiert das immer, dass das dann zerbricht. Warum nicht bei denen? Die müssten doch sogar viel schwerer sein. Komisch eigentlich. Oh, ich habe einen Teleporter-Stein gefunden. Wie cool. Obwohl ich die eigentlich nie verwende. Aber was soll's. Oh, wegen dem Schnee sehe ich kaum was. Echt schwierige Sicht. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Aber wir kommen, finde ich, trotzdem ganz gut voran. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Oh, oh. Diese komischen Bomben war wieder. Aber sie lassen Geld fallen. Ist doch schön. Oh nein. Was? Hm? Ah, okay. Jetzt kann ich hier nämlich lang. Wieder eine Schatzkiste hier in der Nähe. Bestimmt irgendwo links. Aua. Vorsicht, Eiskristalle. Komm schon. Weg von der Tussi. Wo muss ich lang? Hier runter? Oder da runter? Oder da lang weiter? Oder... Ach, man kann ja auch hier überall irgendwie lang. Wann kommt die nächste Plattform? Hallo. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin und wo ich hin soll. Aber ich lass mich einfach mal entlang schweben in dieser fantastischen Welt. Hm. Aber ich seh da oben schon die Fahne von der Karte her. Es war knapp. Wir sind, glaub ich, auf dem richtigen Weg. Oh nein, 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 nein. Das war nicht so gut. Ich glaub, das ist auch das Schwierige hier gerade. Bloß den Zacken nicht zu nahe kommen. Wir lassen uns einfach mal hochmanövrieren. Was ist hier? Ah. Ich glaub, wir sind da. Wow, okay, so viele Gegner. Wer wäre Aufstieg? Natürlich. So gut, wie wir hier sind. Aber ich möchte nach rechts laufen. Da ist noch eine Schatzkiste. Ich glaube, im nächsten Part werden wir bestimmt General Gaius treffen. Und den fertig machen. Das wäre ja was. Und wir brauchen hier wieder so ein Bomberding. Jetzt stirbt doch endlich mal, genau. Genau. Okay. Wie komme ich denn da so nach rechts rüber zu der Kiste? Ich glaub, nur mit so einem Bomber. Ah, hier ist so ein Ding. Ja. Und wie komme ich jetzt hier weiter hoch? Wie lange hält denn unser Ding? Das muss ja ziemlich lange halten. Und vor allem darf der nicht in die Zacken. Oh Gott. Schwierig. Ich hab ein bisschen Angst, dass ich es nicht schaffe. Komm her. Scheiße, und schon zu spät. Verdammt. Manu. Ohne den Bomber komme ich aber nicht an die Kiste. Wie blöd. Die Musik ist so schön dagegen. Aber wenn man genau aufpasst, könnte man es eigentlich schaffen. Hm. Ah, hier ist auf jeden Fall ein Speicherort und ein guter Zeitpunkt, um den Part zu beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von Dust. Ich denke, dass mit General Gaius, wenn ich so die Flagge da oben rechts sehe, dann dauert das nicht mehr lange, bis wir da wieder einen Bosskampf haben. Also schaltet wieder ein. Ich würde mich freuen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.